In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man auf schnelle und relativ einfache Weise die senkrechten und waagerechten Asymptoten bei gebrochen nationalen Funktionen bestimmen kann. Bevor wir mit dem eigentlichen Lösungsschema anfangen, gibt es ein paar wichtige Grundlagen, die wir zuerst klären sollten und die euch dann später helfen, dieses Schema besser zu verstehen. In erster Reihe musst ihr natürlich wissen, was senkrechte und waagerechte Asymptoten sind, beziehungsweise wie man sich diese Asymptoten anhand des Schaubildes einer gebrochen nationalen Funktion vorstellen kann. Dafür nehmen wir jetzt dieser Schaubild einer gebrochen nationalen Funktion, genannt auch hier Perbel, und das hier wäre zum Beispiel eine senkrechte Asymptote und das hier eine waagerechte Asymptote. Die Gleichung dieser Asymptoten kann man wie folgt angeben. Wenn wir davon ausgehen, dass zum Beispiel die senkrechte Asymptote die x-Achse hier an der Stelle minus 1 schneidet, dann lautet die Gleichung dieser Asymptote einfach x ist gleich minus 1. Also das wäre unsere senkrechte Asymptote. Und wie ihr wahrscheinlich am Schaubild schon erkennen könnt, sind die senkrechten Asymptoten eigentlich Definitionslücken. Das bedeutet, das sind Stellen, wo die Funktionsgleichung nicht definiert ist. Die Gleichung der waagerechten Asymptote kann man so ähnlich angeben. Also wenn wir davon ausgehen, dass diese rote Linie hier die y-Achse hier bei 1 schneidet, dann wäre die Gleichung der waagerechten Asymptote y gleich 1. Und die Bedeutung der waagerechten Asymptote ist eine völlig andere im Vergleich zu der senkrechten Asymptote. Die waagerechte Asymptote gibt das Verhalten der Funktion im Unendlichen. Damit ist gemeint, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf der x-Achse hier Richtung plus unendlich schaut, dann merkt ihr, dass sich die Funktion von unten an die 1 nähert. Und genauso auch auf der linken Seite, da nähert sich die Funktion von oben an die 1. Also dieser 1 wäre praktisch der Grenzwert oder das Verhalten gegen den Unendlichen für diese Funktion gegen plus und minus unendlich. Als nächstes musst du in der Lage sein, anhand eines Funktionsterms zwischen Zähler und Nenner zu unterscheiden. Lacht nicht, es kann auch dem Besten passieren, dass es an dieser Stelle durcheinander bringt. Deshalb schauen wir uns jetzt diesen Funktionsterm an und ich hoffe, dass jeder von euch klar ist, dass das hier der Zähler und das hier der Nenner ist. Allerdings müssen wir leider dieses einfache Wissen noch ein bisschen vertiefen. Und zwar, ihr müsst nicht nur zwischen Zähler und Nenner unterscheiden, sondern auch zwischen Grad des Zählers und Grad des Nenners. Wenn ihr jetzt kurz diesen Funktionsterm anschaut, dann werdet ihr sofort merken, was damit gemeint ist. Und zwar, das sind die höchsten Exponenten von x im Zähler und im Nenner. Also, schlussfolgern können wir sagen, der Zähler besitzt den Grad 2 und der Nenner den Grad 3. Also, es ist nicht nur wichtig, zwischen Zähler und Nenner zu unterscheiden, sondern auch zwischen Grad des Zählers und Grad des Nenners. Und jetzt fangen wir mit unserem eigentlichen Lösungsschema an. Und zwar, anhand dieses Grad des Zählers und des Nenners kann man gebrochenrationale Funktionen in drei Fälle bzw. drei Typen aufteilen. Der Grad des Zählers kann einmal kleiner sein als der Grad des Nenners. Bitte beachtet hier, ich habe den Zähler mit Z abgekürzt und Nenner mit N. Ich hoffe, alles nachvollziehbar. Dann können sie natürlich gleich sein oder der Grad des Zählers kann größer sein als der Grad des Nenners. Eine kleine Bemerkung an dieser Stelle. Die Reihenfolge dieser drei Fälle oder Typen ist nicht vordefiniert. Das bedeutet, die Reihenfolge, die hier gewählt wurde, ist nur meine Wahl. Und der Grund dieser Aufteilung ist die Tatsache, dass wir uns die mühsame Berechnung der waagerechten Asymptote sparen wollen. Anhand dieser Unterteilung kann man auf sehr einfache Weise die waagerechte Asymptote bestimmen. Also, fangen wir doch an mit Fall 1, um zu sehen, welche Besonderheiten dieser Fall mit sich bringt. In erster Reihe können Funktionen, die in diesem Fall landen, senkrechte Asymptoten haben. Wieso können? Ganz einfach. Nicht alle gebrochenrationale Funktionen haben eine Definitionslücke bzw. eine senkrechte Asymptote. Außerdem werden Funktionen in diesem Fall immer eine waagerechte Asymptote haben. Und sie wird immer den gleichen Wert haben, und zwar y gleich 0. Das weinfacht euch ein bisschen die Sache. Und heißt, sobald ihr seht, dass der Grad des Zählers kleiner ist als der Grad des Nenners, könnt ihr immer sagen, dass die waagerechte Asymptote y gleich 0 ist. Fall 2 ist fast genauso einfach. Auch hier können senkrechte Asymptoten existieren. Und die Funktionen in diesem Fall haben auch immer eine waagerechte Asymptote. Und die besitzt diese Form. y ist gleich a durch b. Wobei diese a und b einfach die Koeffizienten vor der höchsten Potenzen im Zähler und im Nenner sind. Keine Sorge, mir ist ja klar, dass dieser unglaublich tolle Satz nicht bei jedem von euch gesessen hat. Aber, sobald wir die Beispielaufgabe anschauen, werdet ihr sehen, wie einfach man diese waagerechte Asymptote im Fall 2 bestimmen kann. Und jetzt sind wir bei dem letzten Fall, wo der Grad des Zählers größer ist als der Grad des Nenners. Auch diese Funktionen können senkrechte Asymptoten besitzen. Dann haben sie nie eine waagerechte Asymptote. Es ist wichtig, diesen Satz zu verinnerlichen, damit ihr nicht auf die Idee kommt, nach irgendwelchen waagerechten Asymptoten hier zu suchen. Weil dafür gibt es immer entweder eine schiefe Asymptote oder eine Nährungskurve. Die Bestimmung der schiefen Asymptote bzw. Nährungskurve ist eine relativ komplexe Sache. Und die werde ich natürlich in diesem Tutorial nicht behandeln. Wenn Bedarf, ein passendes Tutorial dafür findet ihr allerdings am Ende dieses Videos im Abspann. Und für die ersten zwei Fälle, wo senkrechte und waagerechte Asymptoten existieren können, schauen wir uns jetzt zwei passende Beispielaufgaben an. Bei dieser ersten Beispielaufgabe werden wir den Fall betrachten, wo der Grad des Zählers kleiner ist als der Grad des Nenners. Und die Aufgabenstellung will von uns, dass wir natürlich die senkrechte und die waagerechte Asymptote bestimmen. Die Tatsache, dass der Zählergrad kleiner ist als der Nennergrad, kann man natürlich auch am Funktionsterm sehr einfach erkennen. Im Zähler steht 2x, also 2x hoch 1, also Zählergrad 1 und Nennergrad auch gut siehtbar 2. Und wir werden natürlich mit dem senkrechten Asymptoten anfangen. Und zur Erinnerung, das waren ja die Definitionslücken der Funktion. Eine gebrochenrationale Funktion ist dann nicht definiert, wenn der Nenner 0 wird. Deshalb ist das auch unser Ansatz, mit dem wir diese Definitionslücken bestimmen. Also, wir nehmen den Nenner von oben, x² plus 3x und setzen es gleich 0. Diese Gleichung kann man lösen, indem man das x ausklammert. Nach vorne und dann bleibt in der Klammer nur noch x plus 3 ist gleich 0. Und dann, nach diesem Satz vom Nullprodukt, können wir sagen, die erste Lösung lautet x1 ist 0. Und dann die zweite Lösung wäre an dieser Stelle x2 ist gleich minus 3. Also können wir an dieser Stelle sagen, dass diese Funktion zwei Definitionslücken hat. Allerdings können wir noch nicht behaupten, dass diese Definitionslücken auch senkrechte Asymptoten sind. Der Grund dafür ist ganz einfach. Nicht alle Definitionslücken sind senkrechte Asymptoten. Mehr dazu gleich. Und uns zu vergewissern, dass diese Definitionslücken auch senkrechte Asymptoten sind, müssen wir auch unbedingt die Nullstellen dieser Funktion bestimmen. Bei so einfachen Brüchen wie dieser hier kann man sich das Leben auch ein bisschen einfacher machen, indem man für die Nullstellen einfach nur den Zähler 0 setzt. Und das würde für uns bedeuten, wir nehmen diesen Zähler 2x plus 1 und setzen es gleich 0. Formen ein bisschen um, also die 1 geht drüber, dann haben wir 2x ist gleich minus 1. Gerteilt durch 2 ist x dann minus 1 halb. Und erst jetzt, nachdem wir diese Nullstelle bestimmt haben, können wir behaupten, dass aus den beiden Definitionslücken auf der linken Seite auch senkrechte Asymptoten werden. Der Grund dafür ist folgender. Und zwar, nur wenn die Nullstellen und die Definitionslücken verschieden voneinander sind, dann wird aus einer Definitionslücke eine senkrechte Asymptote. Die Gleichung der Asymptoten kann man einfach hier angeben mit x gleich 0 bzw. x gleich minus 3. Sonst, wenn die Nullstelle tatsächlich mit einer dieser Definitionslücken gleich wäre, dann würde es sich bei der Definitionslücke um eine hebbare Polstelle oder sogenannte hebbare Definitionslücke handeln. Das ist allerdings nicht Thema dieses Tutorials. Wir wollen uns hier an dieser Stelle voll und ganz auf die senkrechten und waagerechten Asymptoten konzentrieren. Aber wie ihr es wahrscheinlich schon ahnt, am Ende des Videos in Abspann findet ihr auch dazu ein passendes Tutorial. Was uns an dieser Stelle noch fehlt, ist natürlich die waagerechte Asymptote. Und auch wenn diese waagerechte Asymptote eigentlich das Verhalten im Unendlichen angibt, haben wir vorher bei unserem Lösungsschema gesehen. Man kann sich hier das Leben sehr einfach machen. Und zwar, sie ist in diesem Fall immer 0. Also, wir können an dieser Stelle einfach nur die Gleichung dieser Asymptote hier angeben mit y gleich 0. Und hier natürlich noch eine passende Beispielaufgabe für den zweiten Fall. Wir haben hier Grad Zähler ist gleich Grad Nenner. Und das können wir auch problemlos anhand der Funktionsgleichung erkennen. Also im Zähler die höchste Potenz 2, im Nenner die höchste Potenz 2. Und wir legen genauso los wie vorher. Wir fangen an mit diesen Definitionsstücken. Also wir schnappen unseren Nenner aus der Gleichung 3x² minus 2x ist gleich 0. Klammern erneut ein x aus. Und dann haben wir 3x minus 2 ist gleich 0. Und nach diesem Satz vom Nullprodukt, erste Lösung wäre dann x1 ist 0. Und für die zweite Lösung müssen wir noch ein bisschen umformen. Also ich schreibe die Gleichung raus aus der Klammer. Dann bringen wir natürlich die 2 rüber. Die minus 2 mit plus 2. Dann haben wir 3x ist gleich 2. Entsprechend kriegen wir dann für x zwei Dritte raus. Gut, danach kommen die Nullstellen. Und zwar, dafür nehmen wir den Zähler. 6x² plus 8 ist gleich 0. Dann können wir die 8 rüberbringen erstmal. Dann haben wir 6x² ist gleich minus 8. Und wenn wir durch 6 teilen, dann haben wir x² sind dann minus 4 Drittel. Tja, diese Funktion besitzt keine Nullstellen. Wir können natürlich nicht die Wurzel aus minus 4 Drittel ziehen. Also können wir jetzt mit gutem Gewissen sagen, dass unsere zwei senkrechte Asymptoten x gleich 0 bzw. x gleich 2 Drittel lauten. Und jetzt gehen wir zu dem Teil, was uns auch wirklich interessiert bei diesem zweiten Fall. Und zwar die Bestimmung der waagerechten Asymptote. Natürlich handelt es sich auch hier um das Verhalten gegen plus und minus unendlich. Allerdings habe ich bei dem Lösungsschema genau das hingeschrieben. Also, wir hatten einen Bruch und ich habe gesagt, so bildet man die waagerechte Asymptote in diesem Fall, mit diesem a geteilt durch b. Wobei a und b die Koeffizienten vor der höchsten Potenz in Zähler und Nenner sind. Diese Koeffizienten sind sehr einfach zu finden. Man schaut den Zähler, wo die höchste Potenz von x vorhanden ist. Das wäre natürlich x² und der Koeffizient oder die Zahl davor wäre eine 6. Genau das gleiche auch für den Nenner. Höchste Potenz x², Koeffizient 3. Das bedeutet, aus dieser zwei Zahlen bildet man immer die waagerechte Asymptote. Für uns würde das heißen, wir haben dann 6 geteilt durch 3 und die waagerechte Asymptote wäre dann 2. Also, so einfach ist es auch in diesem Fall, diese waagerechte Asymptote zu bestimmen. Zum Schluss noch ein paar gut gemeinte Hinweise. Wir haben in diesem Tutorial gezielt gesehen, wie man schnell und einfach diese Asymptoten bestimmt. Allerdings gibt es meistens auch wichtige Sonderfälle, die man in diesem Zusammenhang kennen sollte, wie zum Beispiel die heberen Definitionslücken. Außerdem den tatsächlichen Zusammenhang zwischen einer waagerechten Asymptote und das Verhalten gegen Plus und Minus und Endlich. Damit meine ich, wie man das Ding auch rechnerlich bestimmt. Und natürlich musst du in der Lage sein, gebrochen nationale Funktionen anhand von Asymptoten zu skizzieren beziehungsweise ihre Funktionsthemen aufzustellen. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.